Oh, das funktioniert so. So. Bleibt hier, bleibt hier, bleibt hier. Ja, mit der Fackel habe ich aufrohr. So, mach mal aus hier. Ich will wieder zurück. Hä? Achso, okay. Geht nicht. Ach, wir haben ja... Okay, wir haben ausgemacht. Da müssen wir erstmal, bevor wir... Ja, so. So. Den Schwung machen wir erstmal runter. Damit wir da rüberkommen. Vielleicht kommen wir dichter ran und liegen zu. So. Kommt mal alle mit. Muss es doch einen Weg geben, oder was? Muss es doch einen Weg geben, oder was? Ich komme jetzt da rüber. Wieder mit dem Dingsbumster, mit dem Y und dann von da aus die Ratten steuern, vielleicht? Ey, das ist sowas von. Weil mit Eimern durchlaufen, das wird nichts. Das haben wir ja schon am letzten Mal versucht. Mit dem Pitschepitschel hier. Da wird da nicht rankommen. Ne, kann ich drücken, was ich will und der ist nicht steuerbar hier. Schade. Das ist so gewollt. Ja, die andere Möglichkeit wäre vielleicht von da hinten, aber da sind wir genauso weit weg, ne? Oder? Da müssen wir erstmal rüber und dann... Wenn wir da drüben sind, die ausmachen und dann die Ratten, vielleicht kriegen wir dann die Ratten hier drüben gefangen. Müssen wir testen. Nehmen wir hier jetzt einen Topf. Na gut, mehr als sterben können wir ja nicht, ne? Kein Iktifer, mehr dabei. Müssen wir auch rüber... Ne, mit dem Teer, ne? Teer und den Anzünden. Darf wir da durchkommen, da rüber. Da versuchen wir mal, und der ist glücklich. Aua, wir kriegen auch Feuer ab, ne? Aua, 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 ja, 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 ja. Ist gut, ist gut, ist gut. Können wir uns heilen? Weiß ich gar nicht. So, kriegen wir die da gesteuert? Äh, äh, äh. Ne, ne? Ehrlich, war das hier ganz gut jetzt umsonst hier. Die kommen ja auch nicht weiter, nicht höher. Aber auf jeden Fall haben wir hier eingesammelt. Verpiesel euch, verpiesel euch, wir sind hier im Licht. Okay, noch sind wir im Licht, im Licht, im Licht, im Licht. Vielleicht von hier aus. Die können wir nicht ansteuern, ehrlich nicht? Äh, da war doch eben gerade was gelbes, oder? Sind ja fies. Nur die hier unten. Das fies, das fies, das fies, das fies. Oh. Warte mal, wie war das hier? Codex. Aufwerten. Die haben kein Materialien. Oh, 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 oh. Fertigkeit, ja. Leuchtwüsche, hier ist ja noch. das ist ja fies bloß für eine Aktion hier die kommen hier auch nicht weiter boah, alte die haben hatten wir die ne, wir hatten die Materialien aufgenommen jetzt kommen wir auch nicht mehr zurück uoo außer mit der Peitsche aber lei ist sie auch wieder weg davon haben wir bloß eine warum ist da unten gelb hier war doch keine Gelb, warum Testen wir mal. An der Kante war da gerade gelb. Komm, wir gehen jetzt mal unten. Y drücken, oder? Also wenn wir einmal gemacht haben und machen dann B und aufhören, das geht auch nicht. So, bleiben wir mal stehen. Wie lange funktioniert das? Ist vorbei, so. Äh, ja, ja, öh. So, wir sind erstmal wieder zurück. Hat uns das gebracht? Gar nichts. Nichts hat uns das gebracht. Und wie können sie nicht... Wie können nur die hier unten steuern? Was uns soweit erstmal nichts bringt. Okay. Können wir nicht, können wir nicht. Schade. Okay. Hm. Wir müssen es halt nochmal versuchen, ne? Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal ein Y. Ansonsten nochmal das Ganze. Nee, die... Das geht nur einmal. Das ist doch... Ob wir hier weiterkommen? Jemals weiterkommen? Wir haben nur ein Krug. Ist hier vielleicht noch ein Krug? Wie war das hier mit dem Radar? Hat es denn die Radar gehabt gerade? Oder war das... Ist hier noch ein Krug? Irgendwo? Müssen wir nochmal umschauen. Vielleicht hab ich ja irgendwo einen Krug übersehen. Gibt's auch keinen einen Weg, ne? Da geht's bloß wieder raus. Das ist natürlich... Äh, ja. Ne, haben wir zugeschlossen. Ahahahahaha. Gibt keinen einen Weg. Find, bin ich ja nicht so begeistert von. Hm. Wir haben schon alles eingesammelt, was hier rumsteht. Ist ja logisch. Terra halt, ne? Der Lootgeier. So. Wie soll das bitte funktionieren, wenn wir hier laufen? Wir kommen ja nicht so weit gelaufen wie... Ne? Uhhh. So. Zweimal Feuer anmachen. Und dann zweimal... reinwerfen. Und dann müssen wir sehen, ob wir da irgendwie durchkommen. Erstmal hier. Da. Ja. 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 Muss ja einen Weg geben. Also das hier. Das haben wir ja schon raus, ja? Ja, ja. Da sind wir schon cool. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch... Ne, ist nix so einsammelt worden. Im Kopfhörn. Hast du sie... Wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal... Gleich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht... ...verherrschen. Die Makula will dich einnehmen. Deine Emotionen aufsaugen. Du musst... ...sehr vorsichtig sein. Bin ich. Harz. So. Die könnten ja rein theoretisch... ...n Topf an der Ecke werfen. Das macht ja den Kreis auch größer. Und dann könnten wir mit der Peitsche da durchlaufen. Vielleicht haben wir Glück. Nix so. Wobei, das ist ja auch. Mh. Die Köpfen. Aah, das ist... Mit der Peitsche hatten wir ja... einfach mal versucht da durchzukommen, durchzulaufen. Müssen wir halt einfach versuchen. Ja, komm, feitsche. So. Kann ich nicht ran? Renn nochmal, renn nochmal, renn nochmal. Y. Nein, nein. Die Tür hat sie doch schon aufgemacht. Vielleicht müssen wir uns mal kurz umdrehen. Da gehörst du weich in der Birne, ehrlich. Ob wir jemals durchkommen? Okay, konzentrier dich, Tera. Ich sag erstmal wieder Tera einsammeln. Die brauchen jede Ressource. Okay. Strohölkopf. So. Ja. Wir haben auch nichts weiter. Ist doch... Kacka, kacka. Wenn wir da... Da hätten wir da ein Fassen werfen. Wobei, so weit kommen wir ja nicht. Und wir haben auch keine Leiche. Na gut, komm. Wir gehen nochmal. Ja. Ist doch nur ein Schritt durch die Tür. Tera, du bist der Held vom Erbeerfeld hier. Aber warum kommt er nicht durch? Aber da haben wir drinnen. Achso. Also langsam kotzt mich da auch ein bisschen an. Ehrlich. Darf ich hier nicht durchkommen. So. Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Immer noch der gleiche Text. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen. Deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Haben auch da nichts weiter zum Anzünden, ne? Aber warum kommen wir ja nicht durch? Mit einem Rutsch. Okay. Okay. Du darfst hier keinen falschen Schritt machen und schon... Achtung, die Tür zu! Aber wir sind hier in Sicherheit. Alter, wir haben es geschafft! Hier ist wieder eine Werkbank, ne? Wir haben ja nichts zum Verteilen. Hahaha. Nichts zum Verteilen. Unerschöpfliche Tasche. Das wäre nice. Ähm. Und es ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voller Ignifer zu töten. Ist natürlich schön. Große Köcher. Mit einer Koch-Köcher-Kapsel kann Amitia zulässig Bolzen tragen. Wäre natürlich schön, wenn es da hat. Schleuder Eine zweite Halterung An der Schleuder kann Amisha Ein zweites Mal schießen, bevor sie Nachladen muss Also, Bitch, Bitch Was haben wir noch Hier, Bewusstsein, das war ja auch nicht schlecht Dann können wir vorbeischleichen Okay, aber Uns fehlen noch Material, so, jetzt haben wir erstmal Das haben wir erstmal geschafft Wir schauen uns erstmal ein bisschen um Bevor wir hier Durch irgendeine Tür gehen Schade, dass wir die nicht wegkriegen Guck mal, da liegen auch so viele Ressourcen Ein Stück Stoff, der ist neu Ja, der ist neu, schön Können wir den heben? Da kommen wir nochmal runter Hier Oh, das sieht nach Schwefel aus Das ist bestimmt Ja, wäre Wären wir wieder gesund Oh ja, machen wir ein bisschen Farbe hier So Damit fühlst du dich besser Hoffentlich Welchen? Ist mir ich Den da Hm Na Gib mir Rot, dann fällt der Blut nicht so auf Entschuldige Fertig Du Trollpatsch Du Trollpatsch Danke Ich hoffe, das hilft Neue Erinnerung Welche Farbe Aha Um mehr zu erfahren Okay Okay Ja, wir haben hier Das haben wir noch Aber das fehlt uns Da sind wir wohl irgendwie Genau wie hier Haben wir irgendwo Übersehen Die beiden Drei Vier Stück haben wir übersehen Oh, naja gut So, da ist wieder eine Tür Sonst haben wir nichts zum Aufsammeln Hier liegt so viel Schwefel rum Ich möchte Schwefel einsammeln So Da kommen wir nicht mehr hoch Pass auf, jetzt kommen wir da Wo wir Auch hätten durch die Tür gehen können Oder was Äh, ja Okay So, da ist eine Tür Da sind die Ratten Ich höre sie noch schwatzen Aber sonst haben wir hier nichts Ehrlich, nichts So Schleichen wir mal raus Gehen So Das hätten wir hinter uns Mann, ich mach drei Kreuze Meine Güte Dieser Ort Ist so groß Wie sollen wir Wir schaffen das Stört bitte nicht Ach du Noch nicht Sie haben diese Leute aufgefläßt Lass sie toten Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen Dann geht's uns schlimmer als denen Soldaten Ratten Vorsicht Ich pass auf dich auf Ratten Können wir nicht Ratten hier Dirigieren oder was Die sagt Ratten Ach da unten Da können wir doch mit dem Buben Rattenjagd machen, oder? Amesia 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 Genau Komm wir nehmen mal hier Die Ratten Haha, jetzt Aber Gut, die Licht haben die Kriegen wir nicht tot, ne? Aber die könnten zumindest uns hier Und nicht mehr Amesia 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 Vielen Dank.